Hallöchen ihr Lieben und Willkommen zu einer neuen Dallzeit hier mit Shadowrun Hongkong auf Deutsch. Ich glaube ich bin das erste Let's Play, dass das auf Deutsch macht. Danke nochmal an diese schöne Übersetzung. Und ja, wir hatten zuletzt hier einen kleinen Kampf an den Docks gehabt und ich bin gespannt, ob es der letzte war oder ob da noch was kommt. Ich finde es etwas schade, ich hätte gerne Loot gehabt. Ich meine, wenn ich schon jemanden besiege und wir leben in einer harten Welt, dann möchte ich die auch plündern können, weil irgendwas werden die ja sicherlich bei sich haben, sei es Waffen oder sowas, was ich verwerten kann. Aber naja, hier haben wir eine Truhe, das ist schon mal ganz gut. Nehmen wir das mal mit. Toko, eine illegale Straßendroge, die nach einer Kamikaze-Formel erstellt wurde. Fügt plus 1 Körper, plus 1 Stärke und plus 1 Willenkraft für 5 Runden hinzu. Jedes Mal, wenn der Benutzer angegriffen wird, ist die Box voll. Genau, Take. Wird schon nicht so schlimm sein. Kann ich überhaupt hier drehen oder so? Ne, das scheint feste Perspektive zu sein. Es sei denn, ich habe irgendwas übersehen. Machen wir erstmal hier Dinge. Der nächste Security-Checkpoint. Jawohl. Ein weiteres Türpanel. Dieses wurde offenkundig mutwillig zerstört und kaputt gemacht. Ein echter Albtraum für jeden Reparateur. Wuschtart nachdenklich auf den Zaun. So nehmen wir das mal. Die Schleifen und Wirbel des Stacheldrahts glitzen im Licht der Lampen. Sieht aus, als ob es mit einem Monofilament umwickelt wurde. Die Unternehmen hier vor Ort verstehen keinen Spaß. Duncan und ich haben damals über viele Zäune gesprungen. Das klappt schon. Sie grinst. Nein, tut es nicht. Sie haben diese Art auch an den Gefängniszäunen in den UCAS benutzt. Schneidet sich durch Knochen wie eine Schleifschraube durch Meeresschaum. Duncan nickt zustimmt. Wir fassen das nicht an. Was denkst du, Kater? Kannst du für uns das Tor öffnen? Sie zwinkert ihm zu. Was denkst du? Sie schaut sich genau an. Wird allerdings ein paar Minuten dauern. Mit einem Sternrunzeln lehnt sie sich vor, um einen genauen Blick auf den zerbeulten Sicherheitskasten zu werfen. Ein paar Sekunden später fängt sie an, Drähte zu verbinden und Sicherungen zu lösen. Sie hat dabei einen Ausdruck voller intensiver Konzentration. Sie ist echt gut. Auf kantonesisch zu Rio. Es klingt... Oder auf kantonesisch Rio. Es klingt wie Raymond, wenn er das macht. Ach so, er will, dass ich kantonesisch rede. Aha. Das macht Sinn. Äh, der Stift meiner Tante sitzt auf dem Beistelltisch. Zufrieden? Oh ja, das ist... Nie mehr das. Pass zum Vorreden. Er schüttelt den Kopf. Fährt auf kantonesisch fort. Willst du dich wie einen dummen Kopf aufführen, Rio? Wir sind in Hongkong. Von jetzt an nur noch kantonesisch. So wie damals, als wir bei Raymond leben. Diese endlosen Übungen werden sich jetzt auszahlen. Äh, ja, auf kantonesisch. Es kommt langsam wieder. Es sollte kein Problem sein. Er nickt zufrieden, dreht sich um unbeobachtet den Horizont. Zumindest kannst du dich immer noch im Kampf behaupten. Tja, so mehr oder weniger. Hast du daran gezweifelt? Er dreht dir weiter in den Rücken zu. Nein. Oh, nicht gerade die beste Beziehung noch. Die Stille zwischen euch beiden wird lauter. Schwerer. Dann wird sie durch einen plötzlichen, klagenden Schrei unterbrochen. Wu's Hand landet auf seinen Pistolenhalfter. Der Schrei geht in dem Geräusch von sich bewegenden Rädern unter. Über die Konsole gebeugt, grinst euch Kater an. Verstanden. Tja, ich würde mal sagen, die hat es geschafft. Was wollen wir mehr? Oh, da ist jemand. Sieht bewaffnet aus. Mal sehen. Können wir hier rein? Ich will rein. Na gut, steht auch Klos. Oder Klosett, je nachdem. Das Licht des nahen Verkaufsladens sticht dir in die Augen. Erzeugt einen heftigen Schmerz in deinem Kopf. Du stoppst kurz, schielst, als ein rauer Wind in deine Richtung geht. Tätowierter Schmuggler! Wo sind die alle? Wo ist die verdammte Lieferung? Hat niemanden gesehen? Wir sind gerade erst hier. Die Stimme klingt gereizt. Langweir wartet wahrscheinlich, damit sie es nicht aus dem Boot schleppen müssen. Dieser faule Bastard. Lass es einfach hier liegen. Lasst ihn uns finden. Kater hält seine Stimme flach. Oder ihre. Sieht aus, als ob wir auf einem Spaziergang durch die Schmuck der Zentrale sind. Diese Gangmitglieder wissen nicht, dass wir hier sind. Wir könnten einfach vorbeischlüpfen. Oder wir könnten sie abschneiden. Sie suchen nach uns. Könnte besser sein, sie jetzt zu schnappen. Während wir noch das Überraschungsmoment auf unserer Seite haben. Ah. Gut, das ist jetzt die Frage. Gehen wir mal hier in den Kampfmodus rein. Ups. Mal so. Dann brauche ich mein Gedöns hier. Achso, muss ich hier und dann darauf? Ach nee, Kontrollmodus, da habe ich den noch. Ja. Geht doch alles. Man muss es nur wollen. Mal sehen. Oh, das reicht noch aus für einen Überraschungsangriff. Perfekt. Dann haue ich ihm irgendwie hier so oder dem da. Weiß nicht, wer ist... Oh, der ist K.O. Der ist nicht mehr. Dann bewegen wir uns hier auch mal in die Deckung. Oh, das bummert hier ganz gut rein. Ich hoffe, es ist euch nicht zu laut. Ich mache mal etwas leiser, glaube ich. Sonst könnte das unangenehm werden. Guck mal, reicht das schon aus für einen Angriff? Ich glaube, ja. Ja. Jetzt ist der Gegner dran. Versucht zu schießen, trifft nicht wirklich. Jo, dann... Machen wir mal munter weiter. Ja, wenn ich könnte. Ah nee, hier habe ich die Waffe. Ja, schon ergibt das Ganze wieder Sinn. Bam. Welch geballert. Tada. Und nochmal. Tada. Easy schmiesi, aber sowas von. Und da kann ich was aufpicken. Dann picken wir mal. Jawohl. Ein grundlegendes Midi-Kit. Das ist doch schon mal geil. Ich weiß, wir hätten wohl nicht kämpfen müssen, aber... Ich wollte mich ja ein bisschen üben. Bevor es richtig ernst wird. Man muss ja ausnutzen, dass noch... Sag ich mal... Welpenschutz oder so ist. Movecrate. Aha. Und jetzt können wir hier durchschlüpfen. Ist das ein Traum oder ist es ein Traum? Es ist ein Traum. Oh, Karma enthalten. Karma, falls noch nicht bei der Charaktererstellung so richtig mitbekommen, ist quasi unsere Punkte, die wir hier haben, um sie auf Werte zu verteilen. Wenn wir genug Karma haben, können wir also hier ein paar Sachen aufbessern. Aber erstmal muss ich das ansammeln. Oder anders ausgedrückt, Karma, Bitch. So, was gibt es denn hier Schönes? Da können wir wieder was aufpicken. Für aufpicken bin ich immer zu haben. Dann picken wir mal. Ey, ich will picken. Erhalten. Ja. Ich sag ja, Geld ist hier knapp. Da bin ich, glaube ich, froh über jedes Stückchen, das ich bekommen kann. Über jeden Krumen. Ah, da ist unser Ziel, offenbar. Ich gucke mich mal hier um. Ist hier irgendwas? Da ist auf jeden Fall was. Aber ich gucke mich erstmal hier um. Vielleicht ist hier ja irgendwas Relevantes. Zur Sicherheit speichere ich die. Ich bin misstrauisch. Geringfügig, so. Gucken wir mal. Telefonieren. Ah, hier ist ein Taxi-Stand, offenbar. Also wirklich viel gibt es hier offenbar nicht. Aber willst du viel, dann musst du auch mit Priegel spülen. Das haben wir gerade nicht. Also gut, dann folgen wir mal dem roten Faden. Oder eher dem gelben? Fragezeichen. Als du die Straße betrittst, siehst du, dass sich vier schattenhafte Gestalten auf dem Platz vor dir befinden. Troll, Org, Zwerg, Elf. Zwei Männer, zwei Frauen. Sie sind anders als die Schmuckler unten bei den Docks. Alarmiert. Giftig. Profis. Du kannst sehen, dass sie nur oberflächlich versuchen, ihre Waffen zu verbergen. Die unausgesprochene Nachricht ist eindeutig. Wir sind bewaffnet, zügel dich also. Wo steht aufrecht da, zeigt dieselbe Haltung, die er immer hat, wenn er sich mit jemandem Größerem anliegt. Jemand, der noch nicht weiß, dass er bald unten liegen wird. Guten Abend, Leute. Habt ihr eine Erlaubnis für diese Bazookas? GM, ist das hier Game Master oder wie? Der dicke Troll zeigt ein comichaftes Sternrunschen. Das finde ich auch geil in Ausdruck. Erlaubnis? Hm. Gib mir eine Minute. Er sucht in einer übertriebenen Geste seine Taschen ab. Nö, schätze nicht. Ich muss meine im Müllcontainer geschmissen haben. Zusammen mit dem letzten Idioten, der uns angelabert hat. Wu schaut kühl zu, nickt freundlich. Ist das so? Na dann. Du kannst förmlich spüren, wie das Polizeitraining bei Wu einsetzt. Es ist fast so, als ob eine Drohne eine Befehlsroutine ausführt. Danke für diese Verbildlichung für meinen Charakter. Er greift nach seiner Waffe, nimmt sie hoch. Aber es ist zu spät. Während er noch die Waffe hochreißt, ist bereits ein ganzes Sortiment ziemlich böse aussehender Kampfgeräte auf seinen Kopf gerichtet. Das ist nicht gut. Carter sichert ihn. Sie reißt ihre Arme nach vorn, ihre Fäuste lodern vor magischem Feuer. Ihre Augen huschen von einer Gestalt zur anderen. Alles klar? Jeder bleibt jetzt ganz cool. Ein kräftiger Troll ist es übrigens. Die Stimme des dicken Trolls ist entspannt. Amüsiert. Er hält seine Waffe in Wu's Gesicht. Ist ein bisschen spät dafür, nicht wahr? Dann gucken wir doch mal. Ach, das passt eigentlich ganz gut zur bisherigen Story. Schiebt die Hände in die Taschen. Hört mal Leute, mein Magen schickt gerade Purzelbäume. Wie wäre es, wenn wir alle die Waffen runternehmen, bevor noch jemand verletzt wird? Der dicke Troll schnaubt laut auf. Der Kerl sieht aus, als ob er einen Einlauf gebrauchen könnte. Können wir was für dich tun, Officer? Wu's Kiefer verzieht sich, sein Tonfall bleibt aber kühl und kontrolliert. Ich suche einen alten Mann. Raymond Black. Wir sollten ihn hier treffen. Kennt ihr ihn? Der Troll nickt mit seinem enormen Kopf. Mhm. Wu's Stimme gewinnt an Schärfe. Du kannst sehen, dass eine Wehen an seinem Hals zu pulsieren beginnt. Wo ist er? Kata bemerkt es ebenfalls. Ihre Stimme ist betont neutral. Ganz locker, Duncan. Der Troll hält amüsiert den Augenkontakt, aber seine Waffe bleibt weiterhin auf Duncan gerichtet. Ganz richtig. Lockerbleiben, Duncan. Dein Freund Raymond hat sich nicht blicken lassen. Wir warten hier schon seit einer Stunde. Ach, du wolltest dich mit Raymond treffen? Mhm. Oh, ich mag den Troll jetzt schon. Wieso habe ich keinen Troll erstellt? Das wäre cool gewesen. Also, du warst seine Reisebegleitung. Richtig? Die gelb-braunen Hauer des Trolls zeigen wieder ein Lächeln. Irgendwie schon. Ja. Der alte Mann hat uns angeheuert, um einen Ausflug zu unternehmen. Ach, ich weiß, warum ich Menschen genommen habe. Weil ich denn einfach neutral reden kann. Ist auch herrlich. Die schönen Stimmen lasse ich lieber für die anderen Charaktere. Wu zieht seine Augenbrauen hoch. Euch angeheuert? Er schweigt einen Moment. Schaut sich die vier Leute an. Sie sind eine merkwürdige Zusammenstellung. Ein Org voller Cybertechnologie. Ein Org-Mädchen mit magischen Fetischen. Ein Zwerg mit einem Cyberdeck, das sie sich auf den Rücken geschnallt hat. Und ein Elf steht still hinter ihnen. Rätselhaft und unergründlich. Alle mit Waffen, die auf Wu gerichtet sind. Einem würde ich sagen, dass dieser Org hier eigentlich der Troll ist. Das klingt, glaube ich, am logischsten. Äh, Duncan redet wieder. Die Erkenntnis dämmet langsam in Wu auf. Wieso überhaupt Wu? Wieso heißt Duncan überhaupt Wu? Ich weiß es nicht. Hab, glaube ich, irgendwas verpasst. Ach, schlimm ist das. Sein Gesicht verzieht sich. Ihr seid Shadowrunner. Der Troll nickt. Mhm. Moos Schultern richten sich auf. Seine Gestalt versteift sich. Das ist Quatsch. Raymond würde niemals Shadowrunner einheuern. Das sind Kriminelle. Der Troll korrigiert ihn. Operativ einsetzbare Söldner. Der Zwerg schaltet sich ein. Ihre Stimme ist leise, aber stark. Kriminelle. Operativ einsetzbare Söldner. Junge Ork, ja. Also ja, du hast recht. Dein Kumpel Raymond hat sich mit einer Gruppe von hartgesottenen Kriminellen zusammengetan. Der Troll wirft Wu einen Seitenblick zu und grinst ihn über den Lauf seiner Waffen an. Sorry, dass ich deine Blase zum Platzen bringe, Lone Star. Schätze, du kanntest den alten Mann dann wohl doch nicht so gut. Hm? Wu versucht, diese Information zu verdauen. Aber du kannst spüren, wie sich die Hitze in ihm anstaut. Die Runner bemerken es ebenfalls und halten ihre wachsame Haltung aufrecht. Sie halten Duncan im Auge. Ihre Waffen sind weiterhin auf ihn gerichtet. Der Ausdruck in ihren Augen macht deutlich, eine falsche Bewegung und Wu wird in einer roten Wolke aus Blut baden. Das ist nicht gut. Kata bleibt völlig ruhig. Ihre Stimme ist gleichmäßig, verbindlich. Sie kennt Situationen wie diese bereits. Lasst uns alle ruhig bleiben. Das muss nicht böse enden. Sie spricht ganz ruhig Wu an, der sie anhört, ohne den Blick von dem großen Troll abzuwenden. Wir müssen Raymond finden. Diese Leute können uns dabei helfen. Es geht um Geld, richtig? Lass uns über Geld sprechen. Der Troll ist vorsichtig, aber gesprächsbereit. Er hebt den Lauf seines Gewehres an. Leicht. Ich mag es, über Geld zu reden. Du kannst erkennen, dass die Orgfrau genug der Spannung hat. Es platzt aus ihr raus. Der alte Mann wollte, dass wir ihn in die Kowloon Wallet City begleiten. Was für ein Wort. Sie deutet auf euch drei. Ihr auch. Zwei große Ratten klettern auf ihre Schultern, stecken vorsichtig die Köpfe raus. Sie fixieren dich mit ihren kleinen, runden Augen. Offenbar gibt es hier doch Tiere. Ihr kennt die Wallet City? Ist ein Slum, richtig? Habt davon gehört. Das Mädchen schnaubt und rollt mit den Augen. Ist ein Drecksloch. Das schlimmste Slum in der östlichen Hemisphäre. Erinnerungen an deine Kindheit im Redmond-Ödland blitzen kurz in dir auf. Wir haben richtig verstanden. Ist ein echt schlimmer Platz. Also, warum sollte der kleine alte Mann euch bezahlen, um dorthin zu gehen? Das Zwergenmädchen nickt und mischt sich ein. Wollte ich nicht sagen. Er hat eine Menge gemurmelt. Hat nur immer wieder davon geprabbelt, dass er unbedingt dorthin muss. Unter normalen Umständen hätte ich einen derartigen Auftrag nie angenommen. Die Wallet City ist der letzte Ort, zu dem ich gehen will. Aber der alte Mann hat einen echten Batzen an Nühen garantiert. Und irgendwas müssen wir ja essen. Nicht? Wu riskiert einen Blick in deine Richtung. Seine Waffe bleibt auf den Shadowrunnern gerichtet, aber ein Flackern der Ungewissheit spiegelt sich auf seinem Gesicht. Ja, ich würde auch sagen, hier interessante Geschichte. Scheint eine gute Gelegenheit zu sein, diese Bedrohung hier zu beenden. Meint ihr nicht auch? Der Troll zeigt ein Lächeln, das keine Wärme erhält. Okay Gang, ich sage euch was. Er schaut auf sein Team und senkt langsam seine Waffe. Wir alle nehmen jetzt die Waffen runter. Ich glaube, ich habe den Troll etwas zu dumm gespielt. Okay. Jetzt ist die Kacke richtig am Dampfen, glaube ich. Ich weiß nicht, woher die Schüsse kamen. Ich verstecke mich mal hier hinter der Müll, beziehungsweise den anderen. Der Klang von Gewehrschüssen hängt in der Luft und die roten Punkte der Laservisierungen durchkämmen das Gebiet. Kater, der Troll und der stille Elf liegen tot in sich ausdehnenden Blutlachen. Ihre Köpfe sind aufgeplatzt wie Melonen, die aus einem vierstöckigen Gebäude geworfen wurden. Ist ja nett. Das Org-Mädchen schreit aus der Deckung. Naja, komm schon großer Mann. Rede mit mir. Katschot. Nein, nein. Sie wendet sich dem Zwerg zu, ihre Augen sind wild vor Angst. Oh scheiße ist, das ist nicht gut. Eine Stimme dröhnt aus dem Lautsprecher. Hier spricht die Polizei. Leg die Waffen nieder. Verschränkt die Arme hinter den Kopf und stell dich dahin, wo wir dich sehen können. Danken Wu. Yuo Ito. Kommt raus. Wir wissen, wo ihr seid. Ihr habt drei Sekunden. Danken kriecht hinter seiner Deckung. Sein stacher Blick ruht auf der Leiche von Kater. Seine Stimme klingt gepresst und wütend. Bleib unten, verdammt nochmal. Ich bin auf der Seite des Gesetzes. Lone Star. Lone Star. Er duckt sich noch tiefer in die Deckung, als Gewehrfeuer auf ihn einprasselt. Der weibliche Zwerg schüttelt den Kopf. Ihre Stimme ist flach. Spar dir den Atem. Sie hören dir nicht zu. Benutz deine Augen. Diese fiesen Bastarde sind hier, um irgendwelche Verhaftungen vorzunehmen. Äh, nicht hier. Ein Schuss des Scharfschutzen schlägt in der Mauer direkt neben ihrem Kopf ein. Hüllt sie in einen Putzring, der von der Wand abblättert. Wir müssen hier raus. Jetzt! Jeder unten bleiben. Gebt mir nur eine Minute. Das Rattenmädchen starrt angestrengt auf den Boden, als würde es lauschen. Dann runzt sie die Stirn, ihre Augen werden rund wie Perlen, ihre Nase zieht sich zusammen. Sie beginnt sich hin und her zu bewegen, ihre Lippen bewegen sich lautlos. Sie erwacht aus ihrer Trance. Okay, hab einen Ausweg. Er ist am Ende der Straße. Kommt alle mit mir. Jeder? Wir brauchen keinen Mietbullen, Gobbit. Wir sind die einzigen. Die kleine Orgfrau... Äh... Ja, die kleine Orgfrau neigt den Kopf in Richtung ihrer Freundin. Sie bedeuten zusätzliche Feuerkraft ist. Ich habe für uns einen Ausgang gefunden. Aber wir können uns den Weg nicht alleine freischießen. Dann sind sie eben dabei und begleiten uns, bis sie aus dieser hitzigen Situation entkommen sind. Sie dreht sich zu dir, ihre Pupillen funkeln vor Intensität. Bleib einfach in Deckung und in der Nähe. Es gibt eine Tür in die Straße hinunter, die zu einer Gasse führt. Das ist unser Weg raus. Wenn du trödelst, lassen wir dich zurück. Ja, und damit haben wir eine neue Aufgabe, alle lebendig rauszubringen. Und beenden an dieser Stelle die Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, Wenn wir versuchen, hier irgendwie aus der Situation rauszukommen, fängt auf jeden Fall echt brutal an und zeigt, dass diese Welt alles andere als freundlich ist. Aber das kenne ich auch schon von Shadowrun Dragonfall. Da habe ich auch schon ein bisschen gespielt. Das ist nicht freundlicher zum Anfang. Von daher bleibt mir gewogen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Ciao! Bis zum nächsten Mal.